und abgehäftet was haben wir denn hier schickes das könnten wir vielleicht machen haben wir hier nicht da war ich auch schon kleinen brauchen wir hier war ich auch schon diesmal ist der lebensstab ab level 35 aber ich glaube der wird sehr schnell überholt was sagen die rüstung die rüstung kannst du eh erst ab stufe 40 nehmen das ist ja auch wieder geil ich kann ja hier so ja das machen wir jetzt mal einmal nach windkreis porten und da laufen wir da schreibt einer auf englisch warum der server so lag ist und kommt wahrscheinlich aus dem amilan fahr und ich mir vorstellen ich glaube ich habe gerade level siebener gegner ja was dazu führt wenn ich einmal dieses eis ding machen sind die wenn du dann leichten angriffe auf die masse sind die auch schon tot darf ich das dann überhaupt schon natürlich nicht hier beschäftigt euch mal damit alles kaputt gemacht wir auch gar keine ressourcen so das ist ja das ist eine küche das ist holz das war zu früh hier angeln sie wieder werkstatt wann darf man denn hier schichtleder machen ich habe keine ahnung abrang 100 ok möchte ich hier runterfallen den wollte ich eigentlich nicht klar der kommt läuft in das ding rein in dieses schnee ding und ist tot wo ist jetzt hier der andere da ist noch das akk ach da ich bin sozusagen dran vorbeilaufen ach hier konnte man ja nicht erkennen ich habe natürlich alles ausgepackt die ganzen leiden hatte ich ausgepackt ist das schlecht ich finde das gut so ist das das nehmen wir mal mit aber die zwingen dich echt hier durchzugehen bis zum erbrechen wieso wo sollst du durchgehen durch dieses bergwerk ich muss ja die brosche finden und offensichtlich ist die brosche das wird so sein ja erst am ende vom bergwerk bergwerk ist irgendwie vorbei weiß gar nicht warum ich okay vielleicht habe ich was übersehen haben wir da bevorstehende invasion okay bei uns zu hause ist eine bevorstehende invasion darf ich sowieso nicht machen das ist korrekt so die hauptquests mal ja abheften geht nicht habe ich schon abgeheftet doch ach so da das ist die sind die karts quest die nächste wird er denn stufe 45 ja und abheftet was haben wir denn hier schickes das könnten wir vielleicht machen da war ich auch schon hier war ich auch schon ist denn diese blöde brosche ich weiß nicht liegt da wahrscheinlich irgendwo auf dem boden rum die richtung muss ich gehen 19 meter 14 13 hier drin war doch hier leuchtet nix keine koche 20 kleine rationen da oben drüber hier hast du schnee freudig der eine eben der war so der wollte mich mit dreck bewerfen da habe ich im schnee gegeben und ich suche diese blöde brosche mit mir hier oben sein soll noch weiter hoch kann ich jetzt aber nicht laufen so darüber und der kippste war ich hier oben noch eine kiste ja guck ihr auch schnee einmal außen rumlaufen okay Ok. Hmmmm. 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 Ja. Jetzt rennt's hier hinterm Baum. Ui, ui. So. Hier oben war ich auch. Wie, da warst du schon? Geh mal weg da. Im Königsfels, oder? Ja. Aber hast du denn eine Windkreis, die jetzt überhaupt schon fertig gemacht? So ziemlich. Ich glaub, da gibt's nicht mehr ganz so viel. Na. Das sagt man nicht. So. Hier bin ich lang gelaufen. Müsste ich jetzt vielleicht mal nach da unten? Woden die Wölfe vorher auch immer an der Zeit? Hmmmm. Eigentlich nicht, oder? Da unten, da. Vielleicht geh ich hier nochmal hin. Yeah. Ja. Immer noch nicht. Das ist eine ganz leuchtende. Leuchtende. Hmmmm. Kaninchen daun, Kaninchen daun. Wäldekaninchen daun. Das ist ja wieder so eine Quest. Da könnte ich schon wieder... So. Denk dran, das könnte auch oben drauf oder im Keller sein. Ja, ich... Ich weiß nicht mal, wo ich hier gerade hinlaufen bin. Bin bis hinten... Bin bis hinten... Also ich laufe den Weg jetzt bis hinten durch. Immer gerade. Diesen Weg bis gerade hinten durch. Warum geht das nicht? Jetzt... Jetzt geht das. So. Kann ich die... Kann ich bestimmt nicht abbauen, ne? Ja, typisch. Das war ja wieder klar. Ach, hier bin ich jetzt gelandet. Okay. Und jetzt...